Im Frühsommer gibt es nichts besseres als frische Erzbeeren vom Bauernhof nebenan. Und mit diesem Hack macht sogar das in Stielen Spaß. Geht euch das auch so? Das Grün einer Erdbeere kann man ja noch relativ einfach wegzupfen, aber darunter hat so eine Art Stiel, eine Verhärtung und um das wegzukriegen, braucht man schon fast ein Messer. Bis jetzt jedenfalls, denn nun haben wir diesen Lifehack entdeckt. Mit einem Strohhalm von unten in der Mitte durch die Erdbeere stechen und schon haben wir das Grün mit dem ganzen Stiel entfernt. Und schon sind die Erdbeeren genussbereit. Natürlich könnt ihr die jetzt auch noch weiterverarbeiten. Ina und ich mögen sie zum Beispiel kleingeschnitten und mit Zitronensaft und Zucker mariniert oder mit ganz viel Schlagsahne. Wie mögt ihr die Erdbeeren am liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare rein. Unsere Lifehacks findet ihr übrigens auch als 4-Schritt-Anleitung auf Instagram. Unser Instagram-Profil haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß mit dem neuen Lifehack und bis zum nächsten Mal.